Lesion Nomad hier. Bereit für Einsatzbesprechung. Nomad, gut. Sie müssen einen Ingenieur von Scaltech namens Daryl Morgan herausholen. Er leitet die Massenproduktion von Amber Ruin, also hat er Kenntnis darüber, wie wir die Gasproduktion in der Anlage stoppen können. Wird er so leicht zu finden sein? Ich gebe Ihnen seinen Standort durch. Er wird schwer bewacht. Viel Glück. Verstanden. Nomad out. Preisfrage. Woher hat Lesion denn den Standort von dem? Ich meine, Aurora ist doch so toll abgeschirmt. Naja, aber irgendwie kommt ja eh jeder hin zum Kunz hier auf die Insel. Gut, so. Erreichen Sie das Gelände der Anlage. In der Region seien Mountain Westlichtes Impetur Stream. Das ist der hier. Und das ist direkt hier. Alles klar. Da müssen wir nur den Fluss in diese Richtung. Stimmt's? Nein. In diese Richtung folgen. Ach, hätte auch einfach können auf das Symbol achten. Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, hier auf die Missionsmarker zu achten, weil ich normalerweise ohne die spiele. Ja, aber nochmal herzlich willkommen zur zweiten Eventmission mit dem Namen Sand im Getriebe. Des Events Operation Ember Sky. Von Title Update. 3.1.0 Wir spielen immer noch als Thermite. Wir haben hier ein paar Wissenschaftler. Zwei Wachen. Und wo den Linken? Ich gehe auf Position. Oh ne, Finca bitte nicht. Bitte nicht wieder im MG. Na gut. 3.2.1. Feuer. Er ist aufgeschaltet. Okay, das war nicht Finca. Das ist klar. Warum hat denn Swarm geschossen? Ein Finca oder Ash hat gemeldet. Ah ja. Soll mir recht sein. Da oben fällt irgendwo eine Drohne rum. Wow. Guten Tag, die Damen. Auch so ein Anzug. Aber scheinbar greift das Gas ja nur den Organismus nach dem Einatmen an und nicht die Haut. Oh, da hinten haben wir die Drohne. Eine Wolf-Patrouille. Oh, haben wir gerade keinen Raketenwerper ausgerüstet. Brauchen wir jetzt auch nicht. Weitere Wissenschaftler und ein Feind. Den nehme ich alleine. Genau, ich habe ihn. Wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel sprintet. Nicht zu viel Anstrengendes macht. Denn die Gasfilter, zumindest auf Schwierigkeitsgrad extrem, ich weiß nicht, ob die sich... Ja, ob die sich... Ob sich das mit dem Schwierigkeitsgrad ändert, wie schnell die entleert werden. Aber... Was haben wir denn da? Aber zumindest, so wie ich im Moment spiele, bin ich ziemlich schnell leer. Wir haben zwei Wachen hier vorm Gebäude. Eine Preachable Door. Eine besprechbare Tür und eine auf dem Dach. Eine hinten. Ach, diese Dinger habe ich ja in Wildcans geliebt. Diese Satellitendinger. Satellitenstation. So, sollen wir direkt durch den Haupteingang, durch den Seiteneingang, Hintereingang oder durchs Dach? Auf der anderen Seite gibt es ja nichts, ne? Ne. Wenn ich nicht wüsste, dass da drin wahrscheinlich auch Null Sicht ist. Wo war ich? Die Tumme ist aufgeschlossen! Alter, Schwede! Okay. Feinde sind ausgeschaltet. Wow, 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 wow. Das war nicht nett. Da vorne haben wir auf jeden Fall, vorne hätten wir auf jeden Fall die meiste Deckung. So viel ist schon mal klar. Team zu mir. Sammelt euch bei mir. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz fett durch den Fronteingang. Hey, wir folgen dir. Ich bin nicht sicher, dass es so sicher ist, dort zu sitzen, wo du sitzt, aber andererseits bin ich auch nicht sicher, dort zu sitzen, wo ich bin. Alles klar, perfekt positioniert. Achtung, Sprengung, drei, zwei, eins. Heilige, kann man den Alarm irgendwie ausschalten? Ausschalten? Ja, da, alles klar. Ja, da, alles klar. Jo. Ich mach mal. Ah, die scheinbar nicht. Wir brauchen gescheißen. Okay, jetzt wissen sie, wo wir sind. Schalten wir weg. Und in der Gasgesicht! Ich unterstütze dich! Eigentlich nicht so geil, da so blind rein zu feuern. Ich sehe ja nicht, wo Feinde sind, also wo Sivilisten sind und wo Freunde. Von wo? Von wo? Ach du Scheiße. Ein Wolf. Ein Wolf. Schießen! Verständige. Dann geht's los. Halt ein bisschen mehr Dauer. Wollte es gerade manuell aktivieren, dann gibt es schon so aktiviert. So. Ei, ei, ei. Eskalation. Eskalation. Eskalation auf Schwierigkeitsgrad extrem ist echt extrem schwer. Eier. 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 Immerhin wissen wir jetzt, was uns erwartet. Lass da auch noch Wulffs kommen und andere Verstärkung. Oh Mann, danke. Legen wir los. Dann erstmal wieder hinter. Ach, wobei, da vorne wäre doch einer gewesen. Erstmal wieder verdeckt. Ja, hätte ich auch gesagt. Auf ein neues. So, wir haben da vorne zwei. Das wissen wir noch vom letzten Mal. Zack. Ich glaube, diesmal gehen wir übers Dach. Wir haben bemerkt, dass wir hier sind. Weil die Alarmanlage halt da unten im Erdgeschoss ist, ne? Die war irgendwo hier. Andererseits. Gehen wir hinten rum, vielleicht? Team zu mir. Zu meiner Position. So. Vollauto aktiviert. Schalt und fahr. Da sollte ich wirklich hier jetzt die Wärmebild aktivieren. Zivilist oder Böser? Stimmt, Zivilist. Der hat scheinbar keine Waffe. Ja, aber nicht. Danke, Finker. Hat mich schon geheilt. Nice. Hallo. Die Arschlöcher sind hoch. Das ist doch ein Böser. Das sieht man halt. Ich rücke weiter vor. Ein schneller Nachmann. Die Bähne in Deckung. Das sieht man halt mit Wärmebild nicht. Haltet die Stellung. Verteidigen. Ohne sieht man eigentlich auch relativ gut noch hier. Team, Feuer frei. Feuer frei. Verstanden. Angriff. Verstanden. Oh, Hit. Ja. Das hätte ich schon im Nahkampf gewählt. Komm, schneller, 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 bevor ich am Boden bin. Oh, Mensch. Ah, da war ich ein bisschen zu risikofreudig. Komm schon. Ich will weiter kämpfen. Beziehungsweise den Alarm aufschalten. Danke, Ash. Danke. Erstmal da, Maas. Geht nicht. Ich kann den Alarm nicht ausmachen. Doch, jetzt. Komm. Ja, wunderbar. Gut, sollen jetzt erstmal Verband anlegen. Ei, ei, ei. Das war geil. Hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Denn im Hardcore, also mit auf extremem Schwierigkeitsgrad, macht offener Angriff meistens nicht so viel Spaß. Aber so Close-Quarter-Combat fällt mir eigentlich sehr gut. Okay, wir sind draußen, so wie es sich anhört. Oder oben. Es gibt ja noch ein zweites Stoppwerk hier. Weiter so, bleibt in Deckung. Team, zu mir. Sterb du mich zu mir. Da ist er. Hi. Gut gemacht. Okay. Diese Ratten dürfen nicht durchbrechen. Geht doch nicht hoch, Mann. Bis er da irgendwie, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber... Ich wollte schießen und er hat irgendwie die Waffe hochgenommen. Ah, war ich wohl zu nah an irgendeinem Hindernis. Ich seh' nix. Das ist an der Startperson hier manchmal ein bisschen doof, dass man einfach nicht sind. Okay, es sind auf jeden Fall welche draußen. Und ich muss den Filter wechseln. So, was haben wir hier? Wir sind hochgegangen. Wo war denn da in der Mitte noch irgendwo eine Preaching-Door? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, scheiße. Dunkel. Ist alles dunkel. War wohl Generator hinter. Das ist jetzt scheinbar der Strom aus. Wo ist der? Da ist er. Hallo. Oh, scheiße, ist das noch einer? Ey, ey, ey. Gut, zum Glück schließt, schießt der wie ein Stormtrooper. Was war das denn? Zack. Hab ich nicht? Die hören wir, jawohl. Nein, hab ich nicht. Ich bin hinter dir. Beeindruckt. Wir brauchen mehr Dank. Zum Dank. Vielen Dank. So, dann laden wir nochmal durch. Hallo, Sie sind bestimmt dieser Wissenschaftler. Morgen. Ja, Gott sei Dank. Ich wurde dazu gezwungen. Die wollten mich umbringen. Mich und meine Familie. Hören Sie, ich bin hier, um Sie zu retten. Aber wir müssen diese Anlage abschalten. Die funktionieren alle gleich. Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie sie lahmlegen. Also, ohne uns alle dabei umzubringen. Das ist definitiv die bevorzugte Methode. Da sind Zivilisten im Zielgebiet. Wir müssen bereit sein. So, so haben Sie Aufklärungsdaten zu Sentinels Plan mit Amber Ruin. Jo, können wir machen. Aber wir müssen immer noch auf der Hut sein. Der Alarm ist immerhin losgegangen. Da können immer noch irgendwo Wachen sein. Also, von draußen. Die von draußen reingekommen sind. Oder die jetzt draußen vor der Tür warten. Kann alles sein. Heilige Mutter Gottes. Jo, das sind einige Gasgebiete hier auf der Insel. Moment mal, ein U-Boot? Ein Boot. Amerika, Japan. Europa. Also, per Boot nach Amerika und Japan. Und per Flugzeug nach Amerika, Japan und Europa. Oder so. Und hier? Keine Ahnung, ich checke es nicht so ganz. Kann man das noch lesen? Könnte man vielleicht. Ich kann hier oben. Nein, ich kann nichts lesen. Moment doch, ich kann was. Ich kann was lesen. Da steht, Lorem Ipsum, Dollars, ähm, Lorem Ipsum, Dollarem Ipsum, Do-Sid-Amed. Das ist der Lorem Ipsum, Dollars-Sid-Amed, Konstantin, Blablabla, Text. So. Alles klar. Jetzt zerstören Sie den Gasemeter, der ist da drüben. Wo ist unser Meta-Herrwissenschaftler? Ich hoffe, der ist schon in Sicherheit. Wo ich das Ding jetzt sprengen. Ich gehe vielleicht besser aus dem Gebäude raus zum Sprengen. Team, zu mir. Kommt zu meiner Position. Kommt zu oben, ja. Kommt alle raus. Ich hoffe, ich... Ich weiß nicht, wo der... Wo der Wissenschaftler ist. Ich hoffe, der steht nicht da drin. Ach, der wartet da. Alles klar. Ich mach mal wieder Schalldämpfer drauf. Die Fabrik ist zerstört, aber da ist immer noch überall Gas. Ja. Es dauert ein paar Tage, bis es sich verflüchtigt. Tja, das ist unser Weg hier raus. Direkt durch das Gas. Bleiben Sie hinter mir. Ja. Gehen Sie voran. Los geht's. Jo, ich gehe voran. Das ist kein Problem. Sehen wir zufällig, wo wir hin müssen. Auch da hinten. Alles klar. Gut. Auf geht's. Fahrzeug haben wir hier nicht. Fallschirm springen kann er wahrscheinlich nicht. Ach geil. Guck dir die Sonne an. Mega. Wir haben da Feinde. Wir haben da Feinde. Vielleicht sollten wir das Gebiet weiträumig umgehen. Das wäre schon überall sind Wachen. Ich höre überall Stimmen. Ich stelle euch mir vor. Breakport mit Raytracing. Das wäre so geil. Ich würde es feiern. Aber ich glaube, dafür war Breakpoint zu wenig finanzieller Erfolg. Feind auf dem Berg mit Herrn Klaas. Den nehme ich. Ich zeige euch nur, wie es gemacht wird. Lernt von den Besten. Oder von dem Besten. Der schon einmal ganz tot und einmal halbtot war. Da sind wir ja schon sehr gut. Gebiet weiträumig umgehen. Ah, genau das Richtige. Den einen hätte ich eigentlich gar nicht umlegen müssen. Das sind Wachen. Das sind Wachen. Da sind Sentinels. Was macht näher da? Die Frage ist, wie viel? Da ist einer. Oh, das sehe ich ganz genau so. War das der Einzige? Es wird wieder sehr dunkel gehen. Es wird kein Risiko eingehen. Einmal checken. Scheint alles sauber zu sein. Gut. Dann sprechen wir nochmal. Mit Morgan Freeman. Geschafft. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Sie müssen unbedingt auch die anderen Anlagen zerstören, damit das Gas niemandem mehr schaden kann. Hoffen wir es. Lesion, hier ist Nomad. Over. Ich höre. Wir haben Morgan. Er ist raus aus dem Nervengasspiel. Er sagte, wie wir die Produktion stoppen können. Aber es gibt wohl weitere Anlagen. Gut. Ich schicke neue Koordinaten, sobald ich sie erhalte. Ist gut. Nomad out. Ich schicke neue Koordinaten. Ich schicke neue Koordinaten. Ich schicke neue Koordinaten.